Denk und der werte heute hier anwesende Schinderhannes! Man mag's mir nicht ansehen, nein, man sieht's mir nicht an! Wie kann man sie nur so anstehen? Wie kann man sie so verdorben? Wir wollten doch nicht auch so rumtun, wir wollten uns nicht auch so hau'n! Wir sollten uns wirklich mal umtun! Ob's das glaubst oder nicht, man weiß nicht recht, wo man steht, wenn man auf so'n Gerät, wie du das bist steht! Wie kann man sie nur so verdorben? Wie kann man sie auch so übernehmen? Heute Nacht wollte ich fast noch mal aufstehen, was anziehen und kurz noch mal rausgeh'n! Ein paar Schritte wollte ich rund ums Haus geh'n! Bei dir klingeln und danach vor der Tür steh'n! Heute Nacht wollte ich fast noch mal aufstehen, was anziehen und kurz noch mal rausgeh'n! Ein paar Schritte wollte ich rund ums Haus geh'n! Bei dir klingeln und danach vor der Tür steh'n! Wie kann man sie nur so verdorben? Wie kann man sie auch so übernehmen? Wie kann man sie nur so verdorben? 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 Bei den Klingeln und danach, wo der Tier steht Heute Nacht wollte ich fast noch mal aufstehen Was und zehn und kurz noch mal rausgehen Ein paar Schritte wollte ich rund uns rausgehen Bei den Klingeln und danach, wo der Tier steht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schindahannes Dankeschön Verschindahannes